Wir sind seit vielen Jahren hier generationsübergreifend ansässig und versuchen unseren Patienten alle Möglichkeiten einer modernen kieferorthopädischen Behandlung ermöglichen zu können. Ich freue mich auch über alle Innovationen, die mein Sohn mit neuer Technik hier eingebracht hat und die es uns ermöglicht, unsere Patienten umfangreich und auf modernstem Stand zu beraten. Unsere Materialien, mit denen wir heutzutage arbeiten, entsprechen neuesten Errungenschaften im Bereich der Kieferorthopädie. Wir haben uns das Ziel gesetzt, einen voll digitalen Workflow in unserer Praxis zu etablieren. Mit unseren Intraoral-Scannern, einer komplett digitalen Fallplanung, eigenen 3D-Druckern und auch einem eigenen Schienensystem haben wir es geschafft, unsere Patienten von A bis Z in unserer Praxis behandeln zu können. Zudem ist uns auch noch wichtig, dass wir mit vielen Kollegen aus unterschiedlichsten Fachbereichen, mit Physiotherapeuten und Logopäden zusammenarbeiten, um dem Patienten eine ganzheitliche Behandlung zu ermöglichen. Aber wir wissen auch viel über die Probleme, die entstehen können bei einer Behandlung und wir versuchen, diesen Problemen gezielt aus dem Wege zu gehen. Der Patient wird möglichst schonend und kurz behandelt. Darauf legen wir besonders viel Wert. Wir würden uns sehr freuen, Sie bald persönlich in unseren Praxisräumen begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Vielen Dank.